Der InnoPriSoba wird seit über 30 Jahren von der Stiftung der Baloas Bank Soba zur Förderung der solotonischen Wirtschaft verliehen. Der Preis steht für positive Impulse und dient zur Förderung des Wirtschaftsraums Soloton. Der mit 25.000 Schweizer Franken dotierte InnoPriSoba wird einmal pro Jahr verliehen. Herzlich Willkommen zur diesjährigen Preisverleihung des InnoPriSoba 2021. Liebe Gäste, ganz ein herzliches Willkommen hier im schönen Stadttheater Olten. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ich euch nicht nur im Stream begrüssen kann, sondern hier direkt vor Ort. Selbstverständlich begrüssen wir auch ganz herzlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt im Stream, die das Digital von zu Hause aus geniessen dürfen. Letztes Jahr hatten wir den Mut nicht. Die Situation epidemiologisch war nicht möglich, dass wir es physisch durchführen können. Wir waren dann in einem Hangar in Grenchen, da haben den Smartflyer geprämiert. Dieses Jahr haben wir auch eine sehr schöne Prämierung. Ganz speziell begrüssen darf ich den Hugo Schumacher als Kantonsratspräsident. Herzlich Willkommen. Ich darf begrüssen den Herr Nationalrat Kurt Fluri. Und den ehemaligen Stadtpräsidenten, jetzt mit ganz neuem Zeitbudget und neuer Agenda, die getaktet ist, Kurt. So denke ich doch. Ich darf herzlich begrüssen Frau Regierungsrätin Brigitte Weiss. Ich darf begrüssen die Mitglieder des Stiftungsrats, die Mitglieder des Verwaltungsrats der Bank, die Geschäftsleitung der Bank und euch, liebe Anwesende und den Preisträger des heutigen Abend. Aber dem Seinnamen, dem sagen wir natürlich noch nicht. Das werden wir machen wie gängig. Das werden wir an Spannung noch ein bisschen auf die Seite tun. Es ist keine spezielle Situation, aber wir haben uns klar entschieden, das in dieser dualen Form physisch und digital durchzuführen. Wir haben letztens gesehen, dass das Digitale halt auch Anklang hat. Es hat den Vorteil, dass es zu Hause etwas Warmes zu essen gibt. Man kann bereits die Füsse in die Finken reinheben oder mal schauen. Es ist zu komfortabel, alles was zu Hause so bietet. Was Sie natürlich nicht haben, was dir hier liebe Anwesende vor Ort haben. Es gibt sicher im Anschluss einen feinen Aperitif, wie früher. Aber was wir geschaut haben, dass wir nicht viele Leute sind, sodass sie vertretbar sind. Und alle Leute, die hier sind, anwesend sind, sind an diesen drei Regeln korrespondierend. Also an dem her wissen wir, dass wir einigermassen einen Schutz bringen. Ich denke, das wird eine gute Sache. Wir starten mit den Innovationen. Im Normalfall habe ich immer gezeigt, was Innovationen bewegt haben im letzten Jahr. Ich würde eine ganz kleine Reklamesendung zur Bank schalten, selbstverständlich. Auch wir werden von Innovationen bewegt. Und die Innovationen, die die Bank bewegt, die seht ihr jetzt hier entsprechend drauf. Und etwas ist eigentlich gar nicht so typisch. Die Epidemie hat, wie bei allen Unternehmen, das Digitale vorwärtsgehen extrem treiben. Wir mussten schauen, dass wir noch einfacher, noch besser zugänglich sind für die Kunden. Auf einer App, wo wir einfach gesagt haben, wenn die ganze Welt inklusive Mi Junior WhatsApp braucht, um miteinander zu kommunizieren, integrieren wir das. Aber wir integrieren es in eine App, dass wir in einer sicheren Umgebung sind. Wir sagen aber, dort ist das Gerät auf der Digitale Welt. Das muss extrem einfach sein. Mein Mann ist zwischendurch 85-Jährig. Die braucht die App auch. Das ist so etwa der Proof of the Pudding, das D-Thing. Das wäre es hier in diesem Sinne in meiner Familie. Was uns aber auch wichtig ist, dass wir auch persönliche Beratung anbieten. Und dort ist für mich wichtig, das ist es vorher gewesen, das ist es jetzt wieder, dass die persönliche Beratung massgeschneiderte Lösungen bringt. Also weg von irgendwelchen standardisierten Lösungen oder Ihren Anlagenprodukten, das wir verkitschen, sondern es muss passen. Das ist unser wichtiges Anlegen in der Bank. In diesem Sinne würde ich sagen, die digitale Innovation treibt weiter. Aber die Beratung hat nachher vor Stellwerten. Und das werden wir haben. Und die Kombination davon, dass wir digital zugänglich sind, aber auch persönlich ist es uns ganz, ganz ein wichtiges Anliegen. Die zweite Innovation, aber eigentlich ist es gar nicht so eine Innovation, es ist eine personelle Innovation. Wir haben eine ganz frische Führung auf der Generalagentur Solothurn-Ober-Argau-Versicherung. Wir haben ein Zusammenarbeitsmodell zwischen Bank und Versicherung, zum Beispiel bei uns im Vermögensbereich schauen. Wir werden nicht isoliert nur die Vermögensschienen an, sondern sagen, das musst du ganz anschauen. Vermögen und die Vorsorge zusammennehmen, Finanzierung dazu nehmen. Aber das gehört auch der Risikoschutz und Kompetenz und das Know-how auf der ganzen Vorsorgenseite oder auch der Unternehmungskundenseite. Wie versichern wir die Unternehmungen? Das ist da. Und ich darf auch begrüssen Daniel Leusi. Das ist das erste Mal unter uns. Sie wird auch da sein mit ihrem Team, das hier ist. Sie wird auch im Aperitif da sein. Und insofern freut es mich sehr. Innovation ist schon immer technisch. Das ist vielleicht mal eine Veränderung. Das ist die erste Frau, die das führt. Und wir sehen zunehmend, das sehen wir aber auch in der Wirtschaft, dass natürlich die Durchmischung von Mann und Frau zunimmt. Die Diversität nimmt zu. Ich denke, das ist eine normale gesellschaftliche Entwicklung, die mir alles richtig ist. Ich darf ganz einen speziellen Gast begrüssen. Im Normalfall hat sie eine Begrüßungsrede und übrigens die Botschaft vom Regierungsrat. Wir haben gesagt, wir machen etwas ganz anderes, weil das für einen Stream muss es tauglich sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch für euch viel spannender hier vor Ort, wenn wir Frau Brigitte Weiss, Regierungsrätin, auf die Bühne dürfen bitten. Herzlichen Applaus und ihr ein paar knifflige Fragen stellen. Brigitte Weiss ist als Regierungsrätin, und das freut mich als Wirtschaftsvertreter hier im Solothurnischen Extrem. Man hat so eine Durchgängigkeit zwischen Wirtschaft und Politik, das geht sehr einfach, sehr unkompliziert. Und von ihrer Seite zuerst einmal der grossverbal Blumenstrauss, Brigitte, das geht sehr unkompliziert, und da bin ich sehr froh. Du gerade für mich bist ein typischer Brückenpfeiler vor der Wirtschaft zur Politik. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und merci vielmals, dass du dich überhaupt zur Verfügung stellst. Merci, vor allem merci auch für das Kompliment, das ich gerne zurückgebe. Danke vielmals. Wir nehmen unter als erstes, was ist aus politischer Sicht die grösste Innovation, die es im Kanton Solothurn aus deiner Sicht hat, 2021. Ich glaube, du hast es ganz am Anfang gesagt, heute vor einem Jahr haben wir den Anlass abgesagt, haben dort den Anlass abgesagt. Und dann hätten wir uns nicht vorstellen können, dass wir ein Jahr später sowohl eine Impfung haben, das haben wir dann nicht gewusst, dass wir heute so weit sind, wie wir sind. Das ist Innovation. Eine Impfung mit App und mit Tests, so dass Anlässe, wie wir jetzt einen haben, überhaupt wieder stattfinden können. Das war sicher die allergrösste Innovation im 2021. Was kann die Politik machen, um für den Wirtschaftsstandort Solothurn weiterhin attraktiv zu gestalten? Welche Entwicklungen müssen wir davor antreiben? Ich möchte es entlang unserer Standortstrategie sagen. Wir wollen zum einen attraktiv sein, zum Investieren und zum anderen, wir wollen auch attraktiv sein, zum Leben. Beim Investieren haben wir die Staffung gesetzt. Das war sicher ein guter Schritt. Was wir aber jetzt brauchen und was wirklich weit oben auf der Agenda von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist, das ist der Fachkräftemangel. Und da kommen wir zum Bereich Leben. Wir müssen schauen, dass die sogenannten weichen Standortfaktoren bei uns gestärkt werden. Ein wichtiger Punkt ist sicher die Vereinbarkeit Beruf Familie. Wir wollen die Frauen zurückholen. Fachkräftemangel hat etwas mit Demografie zu tun, mit der Entwicklung, der wir entgegen gehen. Und dann müssen wir das dort stärken. Wir wollen aber auch, dass die Leute nicht nur pendeln in den Kanton Solothurn, sondern wir wollen auch attraktiv sein im Bildungsbereich, in verschiedenen Bereichen, Kultur, Sport, Naherholung, so dass sie auch bei uns leben. Wir haben auch Megatrends. Die paar sind verstärkt worden mit der Pandemie, zum Beispiel Energie- und Umweltpolitik. Das sind wichtige Themen. Es gibt andere wirtschaftliche und soziale Megatrends. Welche sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten innovationstreibenden Entwicklungen? Das ist sicher zum einen die Demografie, die sehr viel Innovation fordern wird. Der andere Teil ist natürlich Energie- und Umweltpolitik, wo wir auch einige grosse Aufgaben vor uns haben. Es gab im letzten Kantonsrohr Grad 4 Vorstösse zu diesem Thema. Strommangellage ist ein Thema. Energieproduktion ist ein Thema. Das Rahmenabkommen gibt es nicht mehr. Das ist beertigt und es sieht nicht aus, als ob wir ein Stromabkommen mit der EU in absehbarer Zeit bekommen. Das setzt uns wirklich von ganz grossen Vorträgern. Da braucht es enorm viel Innovation. Etwas ganz Persönliches, was mich natürlich interessiert. So ein Monatrund ist Weihnachten. Welche Innovation hättest du gerne unter dem Weihnachtsbaum? Verschiedene Innovationen, aber ich wünsche mir vor allem Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist das Gefäß, das wir jetzt mit Innovationen füllen müssen, wenn wir alle Aspekte, die sie beinhaltet, Ökonomie, Ökologie und Soziales, damit wir Rechnung tragen und Innovationen vermehrt auch unter diesem Raster prüfen. Ich begrüße ganz herzlichen Dank, dass du extra zu uns bist gekommen und einen grossen Applaus für Sie. Merci vielmals. Danke. Wir haben auf den Gastredner dieses Jahr ganz bewusst verzichtet, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht zu lange oder zu lang fertig sein. Aber was wir natürlich jetzt langsam einbiegen wollen, ist in die Richtung, wer ist der Preisträger, welches Projekt wird ausgezeichnet und für das darf ich dem Stiftungsratspräsidenten Jürgen Leichti übergeben. Jürgen, bitte. Merci. Liebe Gäste hierinne, physisch und liebe Gäste am Bildschirm. Jürgen Ritz hat es gesagt, Not macht erfinderisch. Wir haben uns wieder ein neues Format ausgedenkt, das wir jetzt ausprobieren. Wir werden sehen, wie das rauskommt. Aber was sicher ist, euch hierinne und euch an den Bildschirmen danke ganz, ganz herzlich für eure Präsenz. Weil schlussendlich ist die Publizität, die wir erreichen, dadurch, dass teilgenommen wird, ist ein Teil des Nutzen, den der Preisreger überkommt, nebst dem Geldbetrag, den wir geben. Wir geben ihm Publizität. Trotz oder vielleicht sogar wegen Corona, ist es dieses Jahr für uns auch wieder ein reiches Jahr gewesen. Wir haben eine grosse Anzahl von Projekten gehabt und wir haben sehr hochwertige Projekte gehabt. Und von dem her ist es eine echte und eine spannende Auswahl gewesen für mich und meine Kolleginnen und Kollegen im Stiftungsrund. Was so ein Projekt muss erfüllen, damit es überhaupt in die Grenze kommt, damit es sich bewerben kann, für das haben wir ein kleines Video und auf das würde ich jetzt gerne hinweisen. Der Weg zum Gewinn des InnoPrisoba gestaltet sich wie folgt. Ein sechsköpfiger Stiftungsrat vergibt den jährlichen InnoPrisoba und entscheidet über den Preisträger. In einem zweistufigen Verfahren werden die Bewerbungen geprüft und beurteilt. Anschliessend werden die besten Projekte zur Präsentation eingeladen. Zu den Hauptkriterien gehört, dass die Projektidee eine echte Innovation darstellt, neue, eigenständige Ansätze verfolgt, technisch wie auch finanziell umsetzbar ist und den Wirtschaftsraum Solothurn stärkt, das heisst Wertschöpfung und Arbeitsplätze schafft. Voilà, das sind die Kriterien. Und wer hat jetzt die Kriterien im 21 am besten erfüllt? Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein Projekt, das von der Jury Einstimmung gewählt worden ist. Und es ist gewählt worden, weil es genau diese Kriterien herausragend erfüllt. Und es ist etwas Innovatives, etwas, was überrascht durch die Tatsache, dass man das überhaupt kann. Es ist etwas, wo man gesehen hat, dass es technisch funktioniert. Das Produkt ist nicht im Labor im Moment, sondern es ist bereits am Markt. Und es ist ein Projekt, das nicht zuletzt auch gezeigt hat, dass es wirtschaftlich alle Chancen hat, um seinen Markt zu erobern. Es ist ein Projekt, das zu dem annehmen, das ist noch ein Zusatznutzen, das hier jetzt vorhin nicht erwähnt worden ist, unter den Kriterien, das in einer Branche hilft, die genau so eine Unterstützung dringend nötig hat, wie sie das Projekt eben bieten kann. Ich darf auch erwähnen, dass das Projekt bereits in einem Vorjahr sich mal beworben hat. Und wir haben das Projekt dann noch nicht gewählt, weil wir nicht überzeugt waren von der wirtschaftlichen Erfolgschancen, weil es die Nachweise noch nicht hat bieten können, die es jetzt geboten hat. Und das zeigt doch auch, es sollte auch ein Ansporn sein für verschiedene Projektanten, dass es sich auch lohnt, vielleicht zweimal sich zu bewerben, damit man den optimalen Zeitpunkt, den optimalen Reifegrad von so einem Projekt verwirrt. Und das ist auch ausgesprochen gelungen. Die Branche, die ich von Ihnen gesprochen habe, die ich vorhin erwähnt habe, ist das Gesundheitswesen. Konkret der Betrieb von Spitalern und Heimen. Und es freut mich ausserordentlich, dass es eine Soladorner-Firma gibt, die mit diesem neuartigen Produkt, das Sie jetzt lernen können, eine wertvolle und aufwandsparende Unterstützung beim Betrieb von Spitalern und Pflegeheimen bieten kann. Ich lasse jetzt den Katz aus dem Sack und sage, wer den Preis gewinnt. Ich werde aber jetzt schon darauf hinweisen, dass dann gleich anschließend ein Erklärvideo kommt, das euch zeigen wird, was das für ein Produkt ist und was das kann. Meine Damen und Herren, ich gebe bekannt, Gewinner von Mino Prisoba 2021 ist die Kumea AG aus Soledorn mit ihrem Projekt Mobilitätsüberwachung für pflegebedürftige Personen mittels 3D-Radarsensoren. Herzliche Gratulation. Zur richtigen Seite am richtigen Ort, das darf in der Spitalumgebung kein Zufall sein. Kumea bringt den Patientenschutz ins digitale Zeitalter. Unsere Technologie macht den Spital- und Pflegeheimaufenthalt sicherer und entlastet das Pflegepersonal. Gleichzeitig liefern wir neue Erkenntnisse zur Aktivität und Mobilität von Patientinnen und Patienten. Dieser dreidimensionale, hochpräzise Radarsensor ist das Kernstück von unserem System. Von der Decke aus erfasst er die feinsten Bewegungen von den Patienten und Patientinnen im Raum absolut anonym bei vollständiger Wahrung der Privatsphäre. Bei welchen Bewegungen, Ereignisse und Intensität wer alarmiert werden soll, kann pro Patient individuell in unserer einfach bedienenden App festgelegt werden. Zusätzlich liefern uns die Aktivitätsdaten wertvolle Einblicke in Ruhe und Unruhe von Patienten. Also dank KUMEA konnten wir die Stürze reduzieren. Wir sind heute in der Lage, die Aufstehabsicht vom Patienten zu erkennen, bevor er überhaupt das Bett verlässt. Wir sind insgesamt auch in der Lage, das Mobilitätsverhalten vom Patienten besser einzuschätzen. Und wenn tatsächlich ein Patient stürzt, was leider immer wieder vorkommt, sehen wir natürlich sehr frühzeitig, wann der Sturz passiert ist. Und wir können dennoch auf nächtliche Sitzware verzichten. Mit KUMEA sind wir in der Moderne angekommen. KUMEA ist intelligent und arbeitet diskret. Die Patienten haben bessere Outcomes und wir von der Pflege profitieren enorm von dem KUMEA-System. Mit KUMEA können wir Entlastung schaffen und dazu beitragen, dass rechtzeitig Hilfe vor Ort ist, wenn sie gebraucht wird. Das erfüllt mein Team und mich wirklich mit Stolz. Rino Preissoba ist allen jenen gewidmet, die auf dem bisherigen Weg an KUMEA glaubten. Mit viel Herzblut an KUMEA gearbeitet haben und alles daran setzen, auch weiterhin einen nachhaltigen Mehrwert im Gesundheitswesen zu schaffen. Herzlichen Dank. Bravo! Wir haben den Herrn Cyril Giger von der KUMEA gesehen und gehört und ihn bitte jetzt auf die Bühne zum Interview. Ganz herzliche Gratulation zum Mino Preissoba 21. Radar, für mich ist Radar ein anderer kritischer Begriff. Ich verbinde das mit Geschwindigkeitsblitzkontrollen auf der Strasse. Wie kann man mit Radar diese Bewegungen überwachen? Ja, ich glaube, die Geschwindigkeitsmessung ist die Spitze des Eisbergs, wenn es um Radar geht. Das Radar kann viel mehr. Es ist vieler Ort im Eisberg, das man es gar nicht denkt. Jedes neue Auto hat mindestens ein Radar, um zu messen, wo ist das nächste Auto. Licht, Lampen, die so Bewegungsmelder drin haben, viel, viel Radar, wo man gar nicht weiss, wo es ist. Insofern kann man es eben auch für ganz viel mehr brauchen, als für teure Bussegel ausstellen. Bei der Busse wird man ja gefördert. Und das ist auch nachher der Beweis, dass man es gesehen ist, am Steuer. Und wenn ich verstanden habe, die Anonymität vor allem war, ist das, weil man mit Radar selber eben das Gesicht nicht erkennen kann. Ja, genau. Beim Radar bist du nicht erkennbar als Person. Wir sehen Bewegungen mit diesem Sensor. Das heisst, wir sehen im ganzen Raum, wo Bewegung herkommt, was das für Bewegung ist. Grobmotorische, Feinmotorische können die auch zuordnen zu einzelnen Personen. Gleichzeitig haben wir keine Ahnung, wer das ist. Wir haben kein Bild, wir haben keine Informationen über Geschlecht und Alter. Das heisst, das System ist per se in einer Anonymität, wo es erlaubt, in so kritische Umgebungen wie Spitäler und Pflegeheim eingesetzt zu werden. Ja. Und trotzdem, wenn ich es recht verstanden habe, kann man ja unterscheiden, ob jemand zum Bett aussteigen will oder ob jemand irgendwie sonst herumfuchtelt oder scheint es sogar noch zuvor. Und das kann man alles mit einem einzigen Sensor effektiv feststellen. Das überrascht, wenn ihr das noch ein bisschen klären könnt. Ja, ich habe es ja in der Rede schon gesagt, man glaubt es gar nicht, wir sind auch selber immer wieder überrascht, was alles möglich ist. Aber der Clou ist, wir können die Bewegungen nicht nur feststellen, wir können sie lokalisieren. Und das sind, das ist eine magische Zahl, es sind 100 Millionen Bewegungspunkte pro Sekunde, wo das Gerät erfasst. Das ist eine extreme Dichte an Information. Und da wir so viele Punkte sehen, verstehen wir auch, ob jetzt das Vitalwert sind. Wir sehen die Arme, Beine, Extremitäten, die sich bewegen, solange sie sich bewegen. Wenn sich etwas nicht mehr bewegt, sehen wir es auch nicht. Aber so ist das möglich, dass man eben so viel von einem Patienten sehen kann, ohne dass man ihn eben sieht. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber es ist tatsächlich Fakt. Ja. Das ist super. Jetzt haben wir ja die Aussage gehört von diesem Arzt vom Felix-Platten-Spital und es leuchtet einem ja schnell mal ein, wenn man die Alarmierung hat, dann verwirrt man den Patienten vielleicht bevor er gestürzt ist oder bevor er zum Bett ausgegangen ist. Aber könnt ihr da etwas dazu sagen, wie das jetzt der Alltag von den Pflegenden wirklich erleichtert oder wie viel Zeit oder wie viele schwierige Umstände das das einsparen kann? Ja, das Wesentliche ist eine Entspannung, wo das System gibt. Das heisst, durch das wir eben Zeitgewinn geben, gerade zum Beispiel mit dem Bettausstieg, die heutige Methode alarmiert dann, wenn man neben dem Bett steht. Und wenn jetzt jemand sturzgefährdet ist und die Person steht neben dem Bett, dann fällt sie wahrscheinlich auch gerade um. Und unser System ist halt in der Lage, das viel früher zu erkennen, gibt einen Zeitgewinn und der Zeitgewinn hilft der Pflege dort zu sein, bevor Stürze passieren. Durch das ist sie entspannt, es kommt Ruhe in Betrieb, es werden viel Stürze verhindern, jeder Sturz ist Aufwand, wenn man einem Patienten am Boden liegt, kann ich den normalerweise nicht mehr allein laufen, ganz abgesehen von den persönlichen Folgen, die das zur Folge hat. Das heisst, man hat wirklich viel von der Zeitkomponente einen grossen Impact auf den Pflegebetrieb und genau die Zeitkomponente ist das, was halt auch kritisch ist. Wir wissen alle, dass die Pflege definitiv nicht zu wenig zu tun hat, die Tage, das heisst, die sind wirklich froh, wenn ein System wie Komea eben Entlastung beinführt. Jetzt eine Frage, die mich als Physiker noch vor allem interessiert, in meinem Radar, dass ja Mikrowellen, eigentlich reden wir von Elektrosmog, wie könnt ihr das sicherstellen oder wie habt ihr das gemacht, dass das nicht selber auch noch gesundheitsschädigend ist, wenn man da dauernd bestrahlt wird? Ja, Mikrowellen klingen immer böse, es sind Mikrowellen, wir sagen lieber Millimeterwellen, die Wellen sind sehr schwach, die sind hundertmal schwächer als ein WLAN, wie man es zu Hause hat, also ganz, ganz fein, man kann die fast nicht wahrnehmen, wenn man sie will messen. Und entsprechend ist das keine Gefährdung, das ist auch selbstverständlich in zugelohnungen Frequenzbänder. Und das ganze Thema Elektrosmog ist natürlich auch ein bisschen ambivalent, ich glaube, da ist auch viel Fehlwissen darüber, viele von den iPhone-Ladegeräten, die sie wahrscheinlich auf dem Nachttisch haben, oder nebenan strahlen, viel mehr Elektrosmog aus, als das Gerätchen an der Decke. Also wir haben definitiv gut dafür geschaut, dass das nicht schädigend ist, sondern es eben hilft. Ich gehe auch davon aus, dass ihr das im Griff haben müsst, sonst hätten ihr es nicht am Markt bringen können. Das ist klar. Jetzt, eben der Inno-Preis ist ja nicht einfach ein Erfinderpreis, sondern wir wollen Projekte auszeichnen, wo wir ihnen zutrauen, dass sie einen wirtschaftlichen Boost machen. und wir haben auch schon gesehen, dass ihr die Ansätze eben habt. Könnt ihr etwas dazu sagen, wie der Businessplan ist, oder auch übersetzte Arbeitsplätze im Raum Soledorn, wie die nächsten paar Jahre planen sie? Ja, vielleicht gehen wir mit dem Arbeitsplatz an, das ist, dort haben wir schon beweisen, dass wir wachsen können. Wir sind heute 12 Leute, vor einem Jahr sind wir noch 6 gewesen. Es geht einem ähnlich Tempo weiter, nächstes Jahr werden wir weitere 5 bis 6 Leute darstellen, laut Businessplan. Und ja, entsprechend soll es auch mit den Zahlen noch sein gehen. Wir haben das grosse Glück mit dem Produkt schon im Markt zu ziehen. Das heisst, wir können heute schon Kunden bedienen. Es ist schon mittlerweile 13 Institute in der Schweiz im Einsatz, Spitäler und Pflegeheim. Und jetzt sind wir wirklich gerade dran, den Fuss ins Ausland zu setzen, Fokus Deutschland nächstes Jahr. Und so soll es weiter wachsen, genau. Am Standard Soledorn, das ist auch noch wesentlich. Also darf ich nicht dazu sagen, wir ziehen gerade um Ende Jahr. Es ist ein bisschen kuschelig geworden, in unserem bisherigen Büro. Und jetzt bleiben wir in Soledorn, bekennen uns zum Standort und werden am Westbahnhof neue Büro beziehen. Super, das freut uns natürlich speziell. Die obligate Frage zum Schluss, wie setzen Sie den Preis in? Ja, jetzt gehen wir mal dick essen, haben wir gedacht. Nein, wir haben heute fast das ganze Team hier, das soll länger zum Essen, nein. Aber der Preis wird, wenn man so kann sagen, fast reinvestiert in Innovation. Wir sind jetzt gerade dran, ein neues InnoSweis-Projekt einzureichen, das sich um noch mal etwas Neues kümmert, was mit dem Senso möglich ist, nämlich die sogenannte Ganganalyse. Verstehen aus dem Bewegungsmuster von Personen, ob sie eine Demenzneigung haben, ob sie gewisse Pathologien entwickeln. Und die Vision bei dem Projekt ist, dass jedes Patientenzimmer, das überwacht wird, eigentlich soll ein Ganglabor werden. Heute muss man in ein aufwendiges Labor, muss verkabelt werden und unser Sensor kann das substituieren. Und das Forschungsprojekt, da haben wir wirklich gedacht, geben wir jetzt den Preis, geben wir als Eigenmittelbeitrag ein und insofern kommt es gerade wieder der Innovationsgut. Das ist super, das treibt die weitere Innovation an, das ist natürlich toll. Das war die Pflicht gewesen, die Fragenbeantwortung. Ihr habt noch eine Kür. Ihr habt das Wort. Ja, ja, also ich glaube, Danke ist angesagt an verschiedenen Ecken. Vor allererster Ebene sicher ein ganzer Komitee, im Stiftungsrat, das uns ermöglicht hat, heute tot zu sein, das auch die Anerkennung möglich gemacht hat, die wir hier bekommen. Das ist eine grosse Anerkennung für uns, das ist ein wichtiger Preis und dieser Preis ist nicht möglich ohne das Team. Das darf man sagen, das Team ist schlussendlich das, was Kürmea ausmacht. Es gibt ohne Team weder ein Produkt, noch einen Kunden, noch Kürmea. Und darum bin ich auch froh, dass das ganze Team, fast das ganze Team heute vertreten. Dieser Dank gehört dem Team. Und dann auch ein weiteres Team. Es ist immer meistens eben noch irgendeine Familie hinten dran oder mindestens eine Partnerin, ein Partner, der das mitmacht. Und das ist nicht selbstverständlich, was wir da machen. Das ist etwas anderes als ein 8-to-5-Job. Entsprechend braucht es viel Toleranz und die bekommen wir rüber. Die Freiheit bekommen wir rüber. Und insofern dürfen wir auch mal denen im Hintergrund einen grossen Dank aussprechen. Und was ich auch noch gerne würde, ist den Kunden danken, den Partner, den sie da anfangen an uns glaubt haben. Es klingt zwar nach einer logischen Innovation, aber Innovation im Gesundheitswesen heisst auch, man geht nicht mehr rein, wo gar keine Zeit ist, um etwas Neues anzuschauen. Also wenn ich heute in ein Spital gehe und sage, ich habe da etwas, dann habe ich vielleicht Glück, wenn man jemand zwei Sekunden zulässt. Und wir haben es mit wichtigen Partnern und Kunden geschafft, dass wir sehr früh sie wahrgenommen wurden und viele an die Innovation denkt und glaubt haben, sie haben es verstanden, gesehen, das Potenzial ist da und haben dem eine Chance gegeben. Und die Chance hat sich bewahrheitet, das hat extrem viel Mehrwert gebracht, aber wir haben die Chance erst einmal überkommen. Und darum ist es auch wichtig, dass den Kunden und Partnern, die früher uns glaubten, Dank gebührt und der soll damit ausgesprochen werden. Vielen Dank und selbstverständlich Ihnen Anwesenden für Ihre Anwesenheit und ja, jetzt ist der glaube ich das Feier nachgesagt, oder? Merci vielmals, Cyril Giger für diese weiteren schönen Worte und ich möchte noch einmal ganz herzlich gratulieren und ich bin überzeugt, dass wir von euch noch viel werden gehören. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Jürg Ritz hat es gesagt, wir haben ein neues Format, wir warten nicht so lange auf ein Aperon wie andere Jahre. Etwas, was unsere Livestream-Ebertragung leider immer noch nicht kann, ist der virtuellen Gäste jetzt der Aperon über den Beimen und sie können auch reinnehmen in die Unterhaltungen mit den Preisträgern in die sozialen Gespräche, die wir haben. Wir haben hier von der Innovation her noch Luft nach oben und wir werden die versuchen zu füllen. In welcher Form, dass wir den Reino 22 werden durchführen, die nicht voraus sagen, aber wir werden ihn durchführen. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit mir einen Hoffnung Ausdruck geben, dass es bei bester Gesundheit wird sein und dass es im Frieden wird sein, ohne grosse gesellschaftliche Konflikte. Ich übergebe jetzt den Jürg Ritz, möchte aber einen Dank noch loswerden, den er nämlich sonst nicht sagt und das ist der Dank an die Bank. Wir sind auch eine Stiftung und wir sind sehr froh, dass wir von der Bank gehostet werden, von der Bank, die uns auch mit diesem Anlass, mit diesem Apera einen grossen Teil abnimmt, wo wir die Stiftungsgelder auf einen Stiftungszweck nämlich auf das Preisgeld fokussieren können. Und für das möchte ich ganz herzlich danken und jetzt für den letzten Dank und für die Überleitung zum Apera gebe ich sehr gerne das Wort wieder zurück. Merci vielmals euch allen und bis zum nächsten Mal. Lieber Jürg, lieber Jürg, aber noch bevor ich dich anlange, habe ich natürlich auch dir noch zuerst eine Frage. Monat ist Weihnachten, Brigitte Wiss hat das URN beantwortet. Welche Innovation wünschst du dir unter dem Weihnachtsbaum? Ein neues Virus. Eines, das ein bisschen Humor und Toleranz boostert. Ich glaube, das brauchen wir, weil noch schlimmer, wie die Corona-Erkrankung ist, wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten in der Gesellschaft. Das müssen wir vermeiden, weil das wäre wirklich innovationsbehindend. Ist das ein guter Wunsch? Genau, das passt für alle. und das ist eine gute Wunschwung. in Sachen Kundenentwicklung, aber es gibt auch eine Ausnahme. Und die eine Ausnahme, die eine Ausnahme, das ist meine Frau. Wenn ich denke, welche Bewegungsmuster, das Sie mit euch im Radar sehen würden, wenn Sie überall unsere Wohnung, die Heidi Ladler kennen, denke ich, ich weiss nicht, ob ich das wirklich möchte. Woher geht es zur Digitalisierung und wie wird es verfolgt? Aber es ist natürlich etwas ganz anderes. Sie hat den sogenannten weiblichen Radar und der ist einfach noch weiter, also wenn ihr mal euer Produkt weiterentwickeln möchtet, wäre es etwa die Marschrichtung, woher es bei eurer Entwicklung könnte gehen. Ich darf in dieser Gelegenheit sagen, wie geht es weiter und wie könnte das im 2002 Jahr 202 aussehen? Immer natürlich, die Corona-Situation lässt uns gesungen. Wir werden immer schauen, was wir dann machen, was möglich ist. Digital ist sehr viel möglich. Physisch könnte es in etwas sein. Jetzt sagen Sie, der 11.07. ist ein unmögliches Datum, aber das ist eigentlich ganz einfach. Das ist jetzt unmittelbar vor den Sommerferien hier im Kanton Solothurn. Also es heisst idealerweise, ab jetzt zwischen Frühling, Frühsommer in Wende liefert das ein. Wie und wo, dass das funktioniert, sehen wir ganz einfach im Google ein, ist ein Nopri eingeben und dann seid ihr zuoberst oben und dann ist es ganz klar, wie das es läuft. Die Preisverleihung haben wir geplant, am 28.11.22, wie gesagt, Form und so weiter werden wir durchführen, werden wir das sehen. Was wir sicher werden machen, jetzt auf dem heutigen Abend wird der Stream, wird man in Wiederaufzeichnung auf Jump TV haben. Wir werden dann noch ein Einzelinterview machen, also könnte das eine oder andere sein, dass ihr im Aperitif vielleicht unten interviewt werdet. Und das werden wir ebenfalls auf Jump TV stellen. Und gleichzeitig ist es auf YouTube. Wir haben festgestellt, dass natürlich gerade in der heutigen Zeit mit diesem Ansteckungsrisiko die digitalen Formate auch sehr viel gewonnen haben und auch sehr viel gesucht werden. Ich darf für diese Gelegenheit das Aperon ankündigen oder von der Firma Welchli hier in Outen, die das standardmäßig macht. Der Saal ist sehr gross und wir haben extra wenige Leute eingeladen, sodass wir Dichte an Leuten im Verhältnis zu den Aperon-Häppen in einem vernünftigen Mass stellen können. Sie haben mir gesagt, ich dürfe ich Werke machen und sie sagen, es gibt kalte und lauwarme Köstlichkeiten, es gibt warme Köstlichkeiten und es gibt süsse Köstlichkeiten. Und das klingt verlockend. Gut würde ich mal sagen. Darum würde ich sagen, liebe Gäste, ich mache nicht mehr länger. Ich danke, dass ihr gekommen seid. Bleibt gesund und schönen Aperon hier und ein gutes Zuhause. Danke vielmals. 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 Vielen Dank.